Hallo und herzlich willkommen zu keiner neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Nein, wir haben ja vor kurzem die 2500 Abonnenten geknackt und da haben wir uns überlegt, es wäre doch mal Zeit für ein wirklich klassisches, gutes Gewinnspiel. Uns ist nur bis jetzt nicht eingefallen, wo wir das denn machen sollen. Und hier ist ja wohl der echte Geramen, um 2500 Abonnenten Gebühren zu feiern. Man könnte sagen, jedes von diesen hier hängenden Rindern wäre gerne Abonnent von uns geworden, weil ich glaube, jedes Rind träumt nur von uns verarbeitet zu werden. Ja, wir haben ein kleines Paket für euch zusammengeschnürt, das Ganze verlosen wir zweimal. Und wir zeigen euch jetzt am Tisch, was wir alles für euch haben. Ja, wir haben, vielen Dank an Ankerkraut, zwei neue Gewürzstreuer für euch. Und zwar, ihr seht es, einmal Magic Dust. Das ist so ziemlich der Klassiker, wobei ich finde, die Mischung von Ankerkraut ist wirklich richtig gut. Ich habe sie zumindest zu Hause nie so gut selber gemischt gekriegt. Dazu etwas ein bisschen Außergewöhnlicheres, und zwar Beef Booster. Ja, das ist auch eine wunderbare Gewürzmischung, die finden wir einfach unglaublich gut. Und deswegen haben wir gedacht, lassen wir euch daran teilhaben und schenken euch dann halt dieses Beef Booster. Im Hintergrund haben wir Räucherchips, und zwar, ihr seht es, von Smokewood, und zwar im Whisky Flavor. Ja, zu diesen Räucherchips ist nur zu sagen, die meisten Leute kennen mit Sicherheit die Jack Daniels Räucherchips. Vergesst das, wenn ihr mal Smokewood gehabt habt, dann braucht ihr nichts anderes mehr. Wir werden das nach Gusto auswählen, denn wir haben einmal Smokewood Whisky Flavor und einmal Smokewood Rotwein. Wir werden jetzt vorher niemandem von euch sagen, wer was bekommt, sondern werden das einfach mal nach unserer Nase so machen. Ja, auf einem Bein oder zwei Beinen, wir haben jetzt gerubbt, wir haben geräuchert, kann man nicht stehen. Deswegen gibt es noch ein, ja, Steak, wie soll ich es nennen, Grundpaket. Und da haben wir einmal ein wirklich wunderbares Salz, und zwar Mary River. Ihr kennt das bei uns aus den Folgen zur Genüge. Und dann haben wir die Neun-Pfeffer-Symphonie. Von der Neun-Pfeffer-Symphonie sind wir so überzeugt, dass wir euch da auch gerne ein Glas von mitschicken möchten. Außerdem gibt es hier vorne von Weber, ja, das ist keine CD, das ist ein Flaschenöffner. Ja, da könnt ihr gespannt sein, wenn ihr das zu Hause auspackt. Und natürlich noch ein Feuerzeug, ja. Und jetzt kommen wir zu einem Gutschein. Und, ja, ihr habt es gesehen, wir sind hier gerade in der Steakschaft. Und was würde da besser passen, als ein passender Gutschein? Außerdem haben wir gerade gesagt, das Steak-Grund-Set. Da könnt ihr euch dann direkt noch ein Steak zu aussuchen. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich beim Dirk für das tolle, ja, auch für uns Geschenk und im Prinzip für euch. Denn es gibt zweimal dieses Paket mit jeweils einem 30-Euro-Gutschein für der-nutwig.de. Ja, wie könnt ihr dieses kleine, schnuckelige Paket hier gewinnen? Ein Paket ist für unsere YouTube-Abonnenten und ein Paket verlosen wir auf Facebook, für unsere Facebook-Fans. Und, ja, das geht folgendermaßen. Entweder ihr habt bei Facebook auf Gefällt mir geklickt oder bei YouTube auf Abonnieren. Idealerweise teilt ihr das noch, das müsst ihr aber nicht. Aber was ihr müsst, um hier zu gewinnen, schreibt uns einen Kommentar, warum gerade ihr dieses Paket gewinnen solltet. Wenn ihr ein wenig oldschool unterwegs seid, dann könnt ihr selbstverständlich im Telefonbuch auch unsere ADES raussuchen. Das ist das Telefonbuch mit dem Postleitzahlbereich 5.7. Viel Glück! Ihr könnt uns aber auch Rauchzeichen geben, wenn wir die sehen, seid ihr automatisch dabei. Am einfachsten ist es aber wirklich, ihr schreibt hier unten in die Kommentare, warum gerade ihr dieses Paket gewinnen solltet. Und wenn ihr uns dabei noch einen Gefallen tun wollt, dann teilt ihr das Ganze, sagt das euren Freunden. Die liken wiederum uns und machen bei dem Gewinnspiel mit und haben dann auch die Chance, eben dieses Set von, boah, ja, äh, bestimmt gestartet. Also es sind über 50 Euro auf jeden Fall. Es ist alleine mit dem Gutschein und dem Smokewood sind wir alleine schon bei um die 50 Euro. Dementsprechend wisst ihr, lohnt sich. Ja, und uns bleibt nichts anderes zu sagen, wir nicht bis zum nächsten Mal, weil das ist ja keine Folge. Ihr habt ab Ausstrahlungsdatum genau vier Wochen Zeit zu kommentieren, uns Briefe zu schreiben. Vielleicht schickt ihr auch eine Briefzaube, die braucht noch länger. Aber ab Ausstrahlungsdatum vier Wochen und den Gewinner, beziehungsweise die Gewinner, werden wir dann persönlich benachrichtigen und lassen euch dann hier das Paket zukommen. Und uns bleibt nichts anderes zu sagen, bis zum nächsten Mal. Und viel Glück! Barbecoop! Ja.